Der versteckt sich ja aber auch mindestens genauso gut wie ich in den Hintern geschossen. Hier hat man aber auch keine Sekunde mal Ruhe, ne? Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir sind immer noch in der Sowjetanlage. Oh, hier kann ich mich sogar durchzwängen. Oh nein! Na komm, her damit. Ihr habt mich gar nicht, ich guck mich. Einen? Wow! Krass. Ist wirklich nur noch einer da? Im Ernst? Hallo? Runter. Runter, runter, runter. Okay. Ah. Wollte grad sagen. Komm. Lass mich die einfach mal platt machen. Aber, das Gewehr ist ganz gut. So, der ist. Naja. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Hab ich sie? Ah, ne, da, der lebt noch. Haben wir ihn jetzt? Ich glaub, der Musik nach zu urteilen immer noch nicht. Ach, komm. Der versteckt sich ja aber auch mindestens genauso gut wie ich. Hab ihn. Ach. Ach, und hier kommen jetzt noch mehr. Was für ein Feuer. Boah. Natürlich. Komm. Los, komm wieder zur Seite. Wo ist er hin? Da! Ha! Krass! Wichtig ist, dass ich jetzt guck, dass ich hier alle erst mal plattgemacht habe. Hier nochmal rein. Oh! Oh! Gar nicht wahr! Ich habe mich versteckt. Das war jetzt Glück. Aha! Helme! Komm schon! Woah! Das war knapp. Komm! Ach komm! In den Hintern geschossen. Ist er platt? Ne. Ins Knie geschossen. Wow! Geh doch mal nicht aus der Deckung, Lara! Okay. Das waren, glaube ich, alle. Uh! Lara! Mensch! Ich bin einfach aus der Deckung gegangen. Das geht doch so nicht. Aber ich konnte halt hier wirklich nichts herstellen. Ah! Das hätte ich explodieren lassen können. Na egal. Hier bin ich ja kurz reingegangen, aber... Hm. So. Ja, genau. Und die Dosen wieder. Bringt mir aber nichts, wenn ich hier nichts damit herstellen kann. Es ist schön, dass wir die Dosen hier haben, aber... Moni! Oh, was haben wir hier? Ach! Ja, genau. Und damit stellen wir das ja her. Hier ist noch was? Na, dann gehen wir einfach mal hier runter. Jakob! Ich denke, ich bin nahe mit dem Trennjahr. Sind Sie da? Jakob! Rede mit mir! Ja. Wieder was gefunden. Sehr gut. Trinity. Super. Ja, hier ist alles am Müt, Trinity. Wunderbar. Hier liegt noch... Ah, schön. Das heißt... Was mit dem? Ach! Hat das unser Jacob gerade gemacht. Die hat uns da gerade geholfen. Das wäre natürlich voll nett. Kein Wunder, dass die hier alle auf einmal tot sind. Wenn der hier die ganze Zeit uns hilft. Hier liegt... Was ist das? Holz. Ach. Alles klar. Jetzt können wir Holz sogar noch in Bündeln sammeln. Ich will hier hoch. Oh. Das ist Jacob. Team Jacob! Das sagst du so einfach. Boah. Das ist sehr gemein. Yo. Ich würd sagen zurück. Ah. Ab ins Wasser. Ist da Wasser? Ja, da ist Wasser. Komm schon. Ah. Sehr gut. Okay. Hier. Hier. Wo geht's denn... Ich dachte, hier geht's einfach irgendwo hoch. Da. Komm Lara. Los. Wir müssen nur da hoch kommen. Nur da hoch. Schneller. Lasst euch hier nicht aufhalten, Leute. Das ist sowieso schon verdammt knapp. Boah. Ganz geschafft. Oh. Kommt Jacob auch? Das wäre toll. Ihr seht, ich hab Lara übrigens umgezogen. Ich weiß aber nicht mehr genau, ähm, was die Kleidung... Das war auf jeden Fall etwas, was uns jetzt hilft. Oh. Oh, super. Los Lara. Oh. Hier hat man aber auch keine Sekunde mal Ruhe, ne? Nicht eine Minute lang. Einfach mal durchatmen. Nein. Wird direkt weiter geschossen. Wird direkt weiter geschossen. den ganzen Gletscher jetzt platt machen, ne? Komm. Komm Lara. Oha. Wenn wir nur die Luft länger anhalten könnten, dann könnten wir die kurz in dem Glauben kommen lassen, dass Lara nicht wieder auftaucht. Dad? Ist alles okay? Dad? Nein. Nicht der Ernst. Der hat sich nicht wirklich selber umgebracht. Oh, ist das Jacob? Oh. 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 Also ja. 士ling. Lokal, was zeitlos? Na. Ich Operier aber. Toll nicht. Ja. Oh, auf. Wenn du mir in dem Berg сказал, hast du cute. Was hast du in mir left. Wie hast du mir in mir ver lassen? Wenn kannst du mir verlassen? Ich überf doe. Ents通 Elsene lekt. Wenn du meinen Elixenden? So, was makes you risk so much to come here? The Divine Source. I know what you're looking for. But I want to know why. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist, too. In his last years, he was... obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him. Including me. Our last conversation... was a fight. He... He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but... something else happened. And I saw something... that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone... and broken. But he died for something. So you believe the Divine Source is real? I honestly don't know. But if there is... any truth to it, I have to find out. It... it needs to be... researched... and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity... to have the secret to immortality? Of course not. Then I would ask you... not to abandon your quest... but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't? Or won't? I'll fight Trinity with you... but my goal remains the same. If I give up now... you'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Okay. Dann haben wir hier jetzt erstmal... Was ist das? Danke, das ist die Baba Yaga, der Tempel der Hexe. Ach cool. Der ist dabei. Na, sehr schön. Na, super. Regionsübersicht haben wir hier. Aha. Cool. Ist das hier etwa... Das, was wir da grad gelesen haben? Mit der Baba Yaga. Wir können einfach mal hingehen. Das ist jetzt kein Ding. Wow. Dann... Ich dachte, hier ist vielleicht ein Lager oder so. Aber nein. Das ist nicht. Hier können wir noch was sperren. Hier ist... Ah, okay. Okay, Freunde. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin. Macht's gut. und tschü!